Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem Haul von Outdoor Tide. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ich durfte mir etwas aussuchen und ich habe mir nur eine Sache ausgesucht. Und das war eine Sache, die ich schon länger haben wollte. Die ich bei AliExpress nie bekommen habe, weil mein Paypal immer rumgespackt hat und so weiter. Ja, ich zeige euch einfach mal. Das hier, meine Lieben, ist ein Koffer. Für 60 Fläschchen, die sind da auch drin. Ja, also ist jetzt nicht so, dass der Koffer leer ist. Guckt euch mal diesen schönen Koffer mit den Schmetterlingen, den Herzchen, den Blümchen. Ich wollte es schon länger haben und jetzt habe ich es. Ich habe gesagt, ich hätte gerne, weil es halt so viel kostet, es kostet 40,28 Euro. Und dadurch hatte ich die Entscheidung, entweder ich nehme Bilder oder ich nehme einen Koffer. Und dadurch, dass ich den Koffer so unbedingt haben wollte, habe ich mir den geschnappt. Ja, dieser Koffer hat einen Reißverschluss, also beziehungsweise zwei Reißverschlüsse. Hochwertig, schön dicke Reißverschlussstücke hier zum Aufziehen. Der Reißverschluss ist sehr stabil, der ist echt, echt gut. Also, wir gucken jetzt mal in den Koffer rein. Den Griff, den kann man rausziehen. Je nachdem, wie man ihn gerade braucht. Und dann öffnen wir das gute Stück. Und zwar sehen wir hier 60 von den Schraubfläschchen. Ich nutze die ja am allerliebsten. Also diese Fläschchen, da passen sechs Tütchen rein. Also so 1000, 1200 Steinchen passen da schon rein. Ja, und dann war hier noch das hier drin. Und das gucken wir uns jetzt mal genauer an, nicht? Um zu sehen, was da so bei ist. Und zwar haben wir hier Etiketten für die Fläschchen. Ich habe meine eigenen Etiketten, aber trotzdem für Anfänger vielleicht ganz gut. Denn dann können die direkt loslegen. Hier bekleben und draufschreiben die Nummern und fertig. Also richtig gutes Anfängerpaket hier mit den Etiketten drin. Dann mit Löffelchen. Ich weiß zwar nicht, wofür die Leute das benutzen. Ich glaube, die löffeln sich dann mit die Steine in das Schiffchen. Aber ich bin da jetzt nicht so für. Ich tue das wahrscheinlich in unsere Küche. Also Löffel, finde ich, müssen nicht sein. Aber dieses Toolkit hier. Absolut bombastisch. Ich habe ja schon einen kleinen Blick drauf gesetzt. Ich sage euch. Also wir haben hier einen Trichter in eckig. Ich habe ja auch schon einen mit einer runden Öffnung. Der hier ist mit einer eckigen Öffnung. Und den kann man dann ganz locker easy ausklappen. Ja, ist jetzt, weil der neu ist, ne? Muss man so ein bisschen... Na gut, der ist ein bisschen... Na gut, der ist ein bisschen... Naja, ich brauche den ja eh nicht. Ich habe meinen runden und den benutze ich immer. Dann haben wir hier ein grünes Schiffchen und Zipperbeutel. Die sind auch mit dabei. Dann... Oh, das liebe ich. Das liebe ich. Wir haben einen großen Schieber dabei. Der ist super praktisch, wenn man größere Bilder macht. Wenn man kleine Bilder macht. Kann man immer so durch die Reihen fahren. Und dann sind alle Steine gerade. Dann haben wir hier eine Plastikpinzette. Einmal einen Stift mit einem... Was für ein Setzer ist das? Ein Siebener oder so? Ein mit einem Dreiersetzer. Das sind so die typischen Anfänger-Mehrfachsetzer. Ich speziell bin ja eher für die dünnen Mehrfachsetzer. Aber mit diesem hier habe ich angefangen. Mit dem hier fing alles an. Und ein... Ne, zwei Fünfer haben wir da. Zwei Fünfer-Setzer. Ein Dreier und ein Siebener. Ja. Die sind dabei. Eigentlich bräuchtet ihr nur einen Stift. Und könntet die Setzer dann immer abwechselnd reinpiksen. Aber finde ich gut, dass es dabei ist. Weil die Anfänger, die wechseln immer die Stifte ab. Wie diese rosanen Stifte. Die haben immer mehrere Stifte nebeneinander liegen. Mit verschiedenen Setzern. So habe ich das zumindest früher gemacht. Als ich es nicht anders wusste. Dann haben wir hier eine Menge Wachs. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Also 20 mal Wachs. Insgesamt. Ne, oder? Ne, sind 10 mal Wachs. Dachte ich, hier wäre noch eine Schicht. Ne, 10 mal Wachs. Das ist schon eine Menge. Und das Wachs sieht sehr, sehr gut aus. Schönes dunkles Rot. Dunkles Rot bedeutet meistens, dass es etwas dichter ist. Und auch sehr, sehr gut klebt. Also zumindest habe ich so die Erfahrung gemacht. Und dabei haben wir dieses Schiffchen. Das ist mein absolutes Lieblingsschiff. Immer gewesen beim Painten. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich habe zwar tausende von Schiffchen. Ich habe von Steinchensucht. Ich habe von Stefan Flieger. Ich habe von Pikachu. Ich habe von 3D-Art L. Ich habe von, wie heißen das? Steam for Steam. Ich habe von überall her Schiffchen. Aber dieses hier nutze ich immer wieder. Immer, immer wieder. Ja, also ich wechsle gerne ab mit Schiffchen. So, ihr habt ja ein riesen Toolkit dabei. Neben dem Koffer, ne? Also das war drin. Das ist bei jedem Koffer mit drin. Hoppala. Wenn ihr also Anfänger seid, sind solche Koffer einfach perfekt. Ihr habt die Fläschchen. 60 Stück. Ihr habt den Koffer, um überall das hinzutragen oder so gut zu lagern. Ihr könnt hier zum Beispiel ein kleines Bild reinschieben, um das zu lagern. Oder halt Reststeine. Oder halt hier das ganze Toolzeugs. Na, also... Hoppala. So. Also absolut toll. Ich finde es super. Für Anfänger absolut klasse. Und der Koffer ist echt schön. Also mir gefällt der super gut. Ich wollte ihn euch unbedingt zeigen. Ich habe mich so gefreut, als der ankam. Das glaubt ihr gar nicht, ne? Dieses Muster. So, so schön. Das wäre mein Koffer von Outdoor Tide. Und wenn euch dieser Koffer gefällt, könnt ihr mal auf der Website vorbeischauen. Die haben da noch ein paar andere Koffermarken. Äh, Koffermarken, genau. Koffersorten, da könnt ihr ein bisschen schnuppern. Viel, viel Spaß beim Stöbern der Homepage. Der Link ist da unten. Den findet ihr, wo ihr die Links immer findet bei mir. Und wenn ihr Lust habt, lasst mir gerne ein Däumchen da. Oder ein Abo, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Denn 50% der Zuschauer haben noch nicht abonniert. Ihr Schlingel, ihr Schlingel, ne? Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Und wünsche euch noch einen tollen Abend. Tschüss, eure Anni.